Herzlich Willkommen bei Ungeschnitten und wie ihr sehen könnt, bin ich diesmal wieder nicht alleine und nein, es gibt keine Top Ten, denn ich quatsche mit diesem wunderschönen Mann da vor mir, nämlich der Sean David. Ich denke, die Leute, die schon länger auf meinem Kanal sind, müssten ihn ja bereits kennen. Ich habe schon das Öftere mit ihm hier gesprochen und meistens ging es genau darum. The Last Committee, ein Film, den der gute Mann produziert hat, um unsere Retro-Herzen wieder ein bisschen höher schlagen zu lassen und jetzt geht das ganze Ding in die richtig heiße und konkrete Phase und ja, daher herzlich willkommen Sean, hier bei mir auf dem Kanal. Vielen, vielen Dank, Robert, dass ich wieder da sein darf und ja, ich bin glaube ich ja Nummer 1 Gast bei dir. Ich glaube, es ist jetzt das fünfte oder sechste Mal. Ja, genau. Ja, ich glaube nur, du bist öfter bei mir mittlerweile. Also wir sind eigentlich, sind wir ja quasi die ganze Zeit immer am hin und her hüpfen. Mir fällt gerade auf, dass 50% des Bildes, was du gerade siehst, mein Mikrofon ist. Ich stelle es mal so ein bisschen an die Seite, damit man sieht, dass ich auch einen Mund habe und so weiter. Ja, auf jeden Fall, danke schön, dass ich da sein darf und hallo an die Zuschauer zu Hause. Ja, wie ich bereits erwähnt habe, du hast einen Film produziert, sollten ja eigentlich mittlerweile alle irgendwie mitbekommen haben, Last Comité heißt das gute Stück. Ich war ja auch beim Dreh, ich habe das Ganze auch so ein bisschen mitverfolgt, dazu gab es auch ein Video, also falls ihr das da draußen nicht gesehen habt, dann guckt euch das gerne nochmal an. Und jetzt geht es ja wirklich um die Release-Phase der ganzen Nummer, also der Drehsdurchschnitt etc. pp. und jetzt geht es in die Release-Phase. Ja, man kann es jetzt verkaufen, ne? Genau, ja, ja. Also da auch nochmal ein dickes Dankeschön an unseren deutschen Vertrieb Cape Light, die es da wirklich mega Mühe gegeben haben und, das muss ich auch wirklich sagen, die das so viel besser hinbekommen haben, als ich es jemals selber hinbekommen hätte, wenn ich es selber gemacht hätte. Also Hut ab. Ja, also die, ich finde auch die Artworks, also ich habe die ja auch schon gesehen und die sehen richtig stark aus, also ich mag die beides halt, Steelbook, Mediabook-Cover, die Blu-Ray, die normale, die Amaray, müsste ja dann auch so das Cover vom Steelbook oder so haben oder vom Mediabook, das war doch ungefähr das gleiche, oder? Pass auf, lieber Robert, du wirst jetzt in diesem Moment einbilden, wie das Ganze aussieht, das heißt, die Leute werden jetzt genau sehen, wie das Artwork aussieht. Ja, also ganz ehrlich, ich bin so positiv überrascht, beziehungsweise einfach mega, mega happy, dass es so gut geworden ist vom Aussehen her, aber da kann ich auch ganz ehrlich, da kann ich mir gar nichts für auf die Fahne schreiben. Ich habe halt immer nur gesagt, ja, das fände ich besser und so weiter, aber da gebe ich halt wirklich den A, den Künstlern von Cape Light, dann dem Menschen, der das Original-Artwork entworfen hat mit der Faust, dann mein Partner Wayne Graves, der die Idee mit der Faust hatte, etc. Also ich habe da wirklich wenig zu beigetragen. Ich habe halt gesagt, so ja, ich fände es cool, wenn wir so in die Richtung Bloodspot gehen, so wie früher halt, aber das war dann halt auch mein Input so. Also da muss man schon den Leuten den Credit geben, die es halt wirklich gemacht haben. Ja, auf jeden Fall, aber so ein schönes, schickes Cover ist natürlich nochmal ein guter Mehrwert, gerade für Sammler, die sich die Sachen dann auch ins Regal stellen und es hat ja natürlich auch alles seinen Preis, also da will man natürlich auch was haben. Also ich lege da viel Wert drauf, dass das gut im Regal aussieht. Ja, voll. Hinter mir sieht man ja so ein paar Sachen halt und das muss schon cool aussehen, finde ich. Also das gehört auf jeden Fall dazu. Ja, aber das ist halt auch wieder genau das Ding, weißt du, unsere Zielgruppe ist ja einfach A, Retro-Fans, aber auch viele Sammler, einfach Film-Nerds, Film-Fans einfach so. Und wir als Film-Fans haben halt einfach nochmal ganz andere Prioritäten. Also wir stellen uns halt nicht, oder zumindest nicht gerne jeden Kack in unsere Sammlung rein, sondern je schöner das aussieht, umso schöner ist das Gefühl, wenn man dann halt alle paar Jahre mal wieder die Blu-Ray oder die DVD aus dem Regal rausholt und sich das Ganze halt nochmal anguckt. Also das sind halt auch die Dinger, wo, finde ich, für die Fans des Genres etc. auch halt wirklich großer Wert drauf gelegt werden muss und wurde ja dann Gott sei Dank gemacht. Genau, ja, genau so ist es. Ein ganz essentieller Bestandteil des deutschen Releases, und ich habe es sehr, sehr oft in meinen Kommentaren gelesen, ist die Synchro. Ja. Wie sieht es da aus? Es gibt eine deutsche Synchro. So viel kann ich ja schon mal verraten. Ja. Wie zufrieden bist du damit? Sehr. Ganz ehrlich, ich habe mich so darauf gefreut, wie ein kleines Kind die Synchro zu hören, weil einerseits natürlich, bin ich ganz ehrlich, so ja, ich produziere jetzt auch Filme und so weiter, aber für mich ist es halt auch das erste Mal, dass etwas, wo ich halt wirklich aktiv was mit zu tun hatte und wo ich bei der Produktion dabei war, wo ich das Skript geschrieben habe, dass das dann halt wirklich, ja, dann umgeschrieben wird, beziehungsweise auf Deutsch umgetextet wird. Und dann hörst du halt Stimmen, die du teilweise halt auch kennst. So, und ich will nicht zu viel verraten, aber wir haben die ein oder andere Synchronsprecher, Sprecherin gefunden, die halt damals auch schon einige der Legenden gesprochen haben. So, das war mir halt wichtig. Ich weiß, dass es den Fans halt auch wichtig ist. Also wir haben halt alles getan, was wir konnten. Und da auch nochmal wieder, das klingt jetzt so, als würde ich voll die Lobeshymne auf Cape Light, unserem Vertrieb hier sprechen, aber stimmt halt auch. Ganz ehrlich, wenn es Cape Light nicht gegeben hätte, die waren die allerersten, die die Filmrechte eingekauft haben bei uns, also uns quasi, obwohl wir noch gar nichts in der Hand hatten, einen finanziellen Vorschuss gegeben haben, was uns geholfen hat, den Film überhaupt zu drehen. Dann haben die auch jetzt, was die Synchro angeht, wissen wir ja alle, eine gute Synchro kann einen Film retten, eine schlechte Synchro kann einen Film zerstören. Die haben halt ordentlich Geld dafür in die Hand genommen, so, um das auch wirklich zu supporten, so. Und da bin ich mega dankbar. Dafür sind aber halt auch Fans, sind halt auch Retro-Fans, so. Und das merkt man halt. Deswegen, deutsche Synchro kann ich sagen, ist gut geworden. Einige Stimmen werdet ihr auf jeden Fall kennen und lasst euch einfach überraschen. Im Trailer werdet ihr halt auch schon hören, wer dabei ist. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich finde, eine richtig gute deutsche Synchro ist schon mal die halbe Miete halt. Ich finde zum Beispiel, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man schon sieht, der Film hat jetzt vielleicht das Riesenbudget und hört sich aber auch an wie ein Porno halt. Ja, total. Ja, und soll ich dir was sagen? Bis vor einem Jahr hätte ich das zu 100% unterschrieben, was du gesagt hast. Jetzt aber, wenn man mal selber dafür verantwortlich ist, mit keinem Geld trotzdem irgendwas zu zaubern, so verstehe ich, wieso, weshalb, warum manche Leute halt daran scheitern, sich eine vernünftige Synchro leisten zu können. Also, glaub es mir, Robert, dieses... Und ich könnte da wirklich ein Buch drauf schreiben. Das soll auch kein Jammern sein. Das war das tollste Projekt meines Lebens, auch wenn es der krasseste Druck war, den ich je in meinem Leben gespürt habe, eben weil so viele Leute halt voll die hohen Erwartungen haben. Und weil ich auch weiß, dass einige Filmfans halt eben nicht den Unterschied kennen von wegen, okay, den Film, den ich jetzt aus Hollywood sehe, krass, der sieht super aus. Und das, was die machen, das sieht aber nicht so krass aus. Ja, wir haben halt so das Budget, jetzt nur als Beispiel, das Budget, was Avatar in einer Stunde verballert, dafür haben wir den kompletten Film gedreht. Ja, so und deswegen, weil aus dem, aus der eigenen Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ist mein Verständnis und meine Toleranz jetzt nochmal ein bisschen anders. Ich schaue mir jetzt Filme nochmal detaillierter an im Aspekt von wegen, okay, wie waren die Mittel und wie wurden die Mittel eingesetzt? Das war ein Parameter, was ich vorher überhaupt nicht benutzt habe, was ich wahrscheinlich auch nie gemacht hätte, welches ich selber mal in den selben Schuhen gesteckt hätte. Man sieht ja heutzutage auch in Hollywood, dass es natürlich auch ganz anders laufen kann halt, dass die Mittel wirklich riesengroß sind und der Film halt aussieht wie Müll. Das ist halt das Ding. Also jede Person, die mir sagen wird, und mir ist ja bewusst, nicht jeder wird den Film mögen, so du kannst es, habe ich ja auch gelernt, du kannst es nicht jedem Menschen recht machen, so wenn selbst die besten Filme aller Zeiten noch Kritiker haben, so was, was will ich denn dann erwarten? So, aber ich habe eine Sache einfach für mich entschieden, so die, wenn jemand sagt vom Weg, ey, ich finde den Film kacke, sag ich, ey, ganz ehrlich, ich gucke mir aber meinen Film trotzdem lieber an als Expendables 4 und dir an das Hundertfache von unserem Budget. So, weißt du, das wissen halt auch viele Leute nicht. Es gibt so viele Filme, die angefangen wurden, auch mit mehr Budget als wir und die nie fertig geworden sind. So, das heißt alleine, dass wir es geschafft haben, den Film wirklich fertig zu kriegen. Das haben mir auch einige Vertriebe gesagt, von wegen, ey, ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ihr das Ding zu Ende kriegt. So, du willst gar nicht wissen, wie oft ich das mittlerweile gehört habe und auch in Kommentaren gelesen habe, von wegen, schaffen die eh nicht, etc. Ich bin, und da kann mir jeder sagen, ich meine, jedem ist seine Meinung gestattet, etc. Ich bin ultra stolz auf das, was wir geleistet haben, weil ich auch einfach weiß, durch was für, klingt jetzt übertrieben, aber durch was für eine Hölle ich die letzten zwei Jahre durchgehen musste, um das zusammenzukriegen. Schlaflose Nächte. Das soll kein Jammern sein, aber ich will nur, dass Leute auch ein bisschen verstehen, was so hinter den Kulissen passiert ist. Weißt du, die Kickstarter-Kampagne ist erfolgreich gewesen. Wir haben einen kleinen Teil des Geldes von Kickstarter erhalten. So, das heißt, okay, Leute haben mir Geld gegeben. Ich muss es jetzt auf jeden Fall schaffen, den Film fertig zu machen, weil ich kann ja nicht Geld von Leuten nehmen und dann nicht liefern. So, das heißt, tausende von Leuten vertrauen mir ihr Geld an und ich muss es irgendwie hinkriegen. Megadruck, ja. Dann haben sich Leute vorm Film noch verletzt, die noch ausgetauscht werden sollten. Dann, sehr persönlich, aber einen Monat bevor der Film gedreht wurde, ist meine Mutter gestorben, viel zu früh. Ich war einen Monat lang jeden Tag bei ihr im Krankenhaus, musste mich parallel aber auch um den Film kümmern. Horror-Szenario, Horror-Szenario. Ich konnte noch nicht mal vernünftig trauern, weil ein paar Wochen danach der Film anstand, weißt du. Und dann dieser Stress am Set, wenn du kein Geld hast und es geht irgendeine Sache schief. So, du musst es ja irgendwie, musst du es ja fixen, aber wenn du keine Mittel hast, wie willst du es machen? Dann die Post-Production. Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber nach dem Filmdreh war noch so viel Stress mit Egos und hast du nicht gesehen. Es war echt Hardcore. Es war wirklich, wirklich Hardcore. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht von wegen, ey, für wen machst du das? Du machst das A, für die Fans, die sich auf sowas freuen und die vielleicht einfach wertschätzen, dass da ein paar Leute bekloppt genug sind, sich so eine Mission anzunehmen. B, du machst das für dich selber, weil du einfach auch möchtest, dass du wieder so einen Film siehst. Und drittens, und deswegen sehe ich diesen Film auch ein bisschen mehr als nur ein Film. Die Mission, die ich angetreten bin, war ja, ein 80er Jahre Retro-Film zu machen, in der Hoffnung, dass viele Leute den kaufen. Nicht, damit ich Geld mache, sondern damit die Industrie sieht, hey, da gibt es immer noch Fans für. Lass mal wieder sowas produzieren oder hey, beim nächsten Mal geben wir denen ein bisschen mehr Geld. Und dann können die halt einen Film drehen mit einem normalen Budget etc. Weißt du, also ich mache es ja wirklich für uns Retro-Community. Und ich will auch gar keinen Danke, ich will auch keinen Schulterklopf oder sonst irgendwas. Ich möchte halt nur, dass die Leute verstehen, ey, dieser Mann und sein Team hier, mein Kollege Wayne Graves und die Crew etc. Wir haben halt alles gegeben, was wir konnten. Wirklich alles. Deswegen kann ich mir auch am Ende des Tages nie was vorwerfen, weil ich weiß, das Einzige, was ich noch mehr hätte machen können, hätte mich wahrscheinlich ins Grab gebracht, so noch weniger schlafen. Deswegen, I did everything I could and, ja, deswegen bin ich einfach stolz, weil ich weiß, dass ich an meine absolute Grenze gegangen bin und es durchgezogen habe. Entschuldigung für den langen Monolog. Nee, du, ach, alles gut. Es gab aber für dich nie den Moment, wo du dachtest so, ey, ich habe absolut keinen Bock mehr, ich werfe jetzt hier alles hin, soll sich ein anderer Depp darum kümmern. Nein, nein. So bin ich auch nicht. Alles, was ich mache, ziehe ich auch durch. So insbesondere, und da muss ich halt die Erfahrung machen, dass traurigerweise nicht alle Menschen so denken. Aber wenn mir ein Mensch etwas anvertraut, ich meine, wir hatten ungefähr 1000 Unterstützer über Kickstarter und Indiegogo, 1000 Menschen, die mich nicht kennen, ja, 1000 Menschen, die mir Geld gegeben haben, ja, sei es jetzt mal so kleine Beträge von 10, 15 Euro oder auch ein paar Leute, die 5000 Euro oder so gegeben haben, das sind ja Menschen, die sich auf mein Wort verlassen. Und ja, vielleicht auch auf einem anderen Kontinent und die würde ich wahrscheinlich nie im Leben sehen, aber ich bin halt oldschool eingestellt. Für mich ist Ehre, Vertrauen, so mein Wort geben etc. für mich das höchste Gut. So, deswegen war es für mich nie eine Option irgendwie in den Sackzorn. Natürlich gab es Momente, wo ich fix und fertig und alle war und einfach nicht mehr konnte, aber ich habe mich trotzdem aus dem Bett geprügelt, weißt du. Und ich meine, das habe ich jetzt auch schon bei einer Live-Show gesagt, ich schäme mich auch nicht dafür, ich leide ja selber seit ein paar Jahren unter Depressionen und so weiter und habe auch echt extrem schlechte Tage und hast du nicht gesehen. So, aber trotzdem, ich habe mich jeden Tag aus dem Bett geprügelt, so weil ich wusste von wegen, ey, du kannst die Leute jetzt nicht hängen lassen. So, und vielleicht ist das ja auch ein Zeichen an die Leute, die auch strugglen im Leben und die auch die Krankheit haben und auch wissen, wie sich das anfühlt, wenn man manchmal echt am Ende ist. So, ja, der Wille des Geistes ist immer stärker als alles andere und deswegen noch ein weiterer Grund, weswegen ich stolz bin, weil ich eben weiß, wie es hier drin auszieht, mit was ich zu betteln hatte und dass wir es dann eben trotzdem hingekriegt haben. Ja, das ist auf jeden Fall auch sehr ehrenwert und dient, wie du schon sagst, eventuell ja auch als Vorbild für andere Leute, für Fans oder wem auch immer halt, die vielleicht selber mit mentalen Sachen so ein bisschen zu kämpfen haben. Auf einer Skala von 10 bis 11, wie aufgeregt bist du jetzt? Ey, ganz ehrlich, null. Null? Okay. Ja, weil es genauso ist, wie ich es dir gesagt habe. Theoretisch könnte die ganze Welt mir jetzt sagen, ey, der Film ist scheiße. Was soll ich mir denn vorwerfen? Soll ich mir vorwerfen, dass ich zweieinhalb Jahre lang alles gegeben habe, was ich konnte und guck mal, das wissen ja auch, das weiß ja die Welt auch nicht. Guck mal, ich habe zweieinhalb Jahre an dem Ding gearbeitet. Weißt du, wer die einzigen drei Menschen sind, die an dem Film nichts verdient haben? Also ich auf jeden Fall? Ja, das bin ich, mein Partner und seine Frau. Mein Partner ist jetzt anderthalb Jahre dabei, ich mache das seit zweieinhalb Jahren. Ja, mir war von Anfang an klar, dass ich wahrscheinlich mit einer Nullnummer da rausgehe oder, weil ich habe ja auch noch selber investiert, wahrscheinlich mit einem Minus im Worst Case rausgehe. So, aber, ja, was soll ich mir vorwerfen? So, ein Mensch kann nur das Maximum geben, was er hat. Und das habe ich zu hundert Prozent getan. So, und wie gesagt, wenn dann jemand sagt, oder was ja immer passieren kann, was auch die Menschen, die mich nicht kennen, die das aus dem falschen Blickwinkel betrachten und sagen, ey, was habt ihr denn da gemacht? Ey, tut mir leid, es tut mir wirklich von Herzen leid, dass es dir nicht gefällt. So, aber dann frage ich auch, okay, wo ist denn dein Film, den du gemacht hast? Oder bitte mach es besser. Wenn du es besser machst als ich, ey, super. Ich freue mich ja sogar, wenn, ja, ich bin ja kein Neider, um Himmels wehen. Ey, wenn du es besser kannst, mit dem Budget umso schöner. Vielleicht inspiriert das ja auch, andere sowas zu machen und die können es vielleicht sogar besser als ich. Geil, cool für uns alle, kriegen wir neue Filme aus dem Genre. So, aber ich habe einfach alles gegeben. Deswegen bin ich auch nicht nervös, so, ich bin mental darauf gefasst. Ich würde mich natürlich aber trotzdem freuen, wenn es den einen oder anderen Leuten einfach gefällt, weil das, A, für die Schauspieler, natürlich auch für die Crew, für alle, die halt auch sich den Allerwertesten aufgerissen haben. Ich bin ja nicht der Einzige, der an sein Limit gegangen ist. Es wäre halt schön, wenn wir es auch irgendwie schaffen, sodass vielleicht so ein Mini-Revival einfach von diesem Genre hochkommt. Und selbst wenn nicht, dann ist es halt vielleicht für ein, zwei Filme nochmal geschafft, dass man sich sowas nochmal angucken kann. Genau, ja, also Leute da draußen, ihr geht jetzt natürlich auf den Link, der in der Infobox ist und dann holt ihr euch eins von diesen coolen Stücken. Und wenn euch der Film wirklich gefällt, dann tut Sean auch den Gefallen und euch selber, damit das halt eben in die breite Masse auch getragen wird. Schreibt eine coole Rezension einfach halt, ne? Ja, bitte. Also, dass euch der Film gefallen hat, dass, weiß ich nicht, die Musik war cool, die Schauspieler sind cool etc. pp. Alles, was euch einfällt, schreibt coole Rezensionen, damit die Leute, die vielleicht noch nicht so ganz entschlossen sind, auch einen Eindruck davon bekommen, wie Fans diesen Film halt finden halt, ne? Und auch wenn Sean sagt, dass ihnen das jetzt erstmal ein bisschen egal ist, jeder möchte ein bisschen Bestätigung haben. Nein, egal ist es mir ja logischerweise nicht so, aber ich bin halt auf alles gefasst so und, wie gesagt, am Ende des Tages habe ich ab jetzt eh keinen Einfluss mehr, ob es den Leuten gefällt oder nicht. So, ich freue mich auf die Leute, die halt damit zufrieden sind und das sind dann auch dann die, auf die ich mich fokussiere. So, ja, it is what it is. Also, wenn alles schief geht, ich hole mir auf jeden Fall ein Steelbook. Ja, da bin ich auf jeden Fall schon mal dabei. Ich weiß auch schon, dass sich auch einige Leute das Ding auch schon geholt haben, so, aber das ist halt auch wieder das Ding, weißt du, wir planen ja noch einen weiteren Film mit dem Titel Lion Fist. Eine Mischung aus Karate-Tiger, Karate-Kit und Rocky, so, wo wir auch jetzt schon das Skript am Schreiben sind, das schreibe ich zusammen mit dem Drehbuchautoren von Karate-Tiger, Keith Strandberg. So, und, und, so, und ich versuche halt da wirklich noch einen weiteren Film halt auf die Beine zu stellen. So, muss im Worst Case, was wahrscheinlich so sein wird, auch wieder eine kleine Kickstarter-Kampagne machen, etc. So, ich weiß, dass Leute sich das Ding auf jeden Fall holen, einfach auch aus der richtigen Sichtweise, von wegen, ey, lass dieses Projekt einfach unterstützen, so, einfach für den Effort, für den Fleiß, ja. Ja. So, und, 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 und das zum Beispiel finde ich halt auch schön, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Film noch kennst, Con Fury. Con Fury, ja, ja, ist auch so ein, war das auch Kickstarter-Finanziert. Das war auch so ein Crowdfunding-Ding, genau so, und das habe ich halt auch unterstützt, obwohl der Film mir nicht gefallen hat, aber alleine, dass es halt jemand gemacht hat, habe ich gesagt, ey, von wegen, ey, cool, so, mein, 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 mein Support, so, und, und, ähm, war halt nicht mein Film, so, aber ich habe halt verstanden, was in der Arbeit da drin gesteckt hat, und ich wollte es halt einfach unterstützen, so, und, ja. Also, es ist sowieso heutzutage sehr cool, dass es generell überhaupt möglich ist, zu sagen, ey, Leute, ich habe ein Projekt, was auch immer, muss ja nicht unbedingt ein Film sein halt, ne, ich sehe das auch immer ganz viel bei Videospielen, wird sowas auch oft gemacht, leider wird da auch sehr oft Schindluder getrieben, aber du bist ja Gott sei Dank das beste Beispiel, wie es halt richtig gemacht wird, ne, dass wirklich die ganze Kohle in das Projekt auch gesteckt wird, um zu gucken, wie ich das Beste da irgendwie rausholen kann, aber, wie gesagt, also, ich finde das generell geil, dass Leute mit einem Projekt oder einer Idee rausgehen können und sagen, ey, ey, wenn euch das irgendwie gefällt, wenn ihr da irgendwie Interesse daran habt, dann könnt ihr mich gerne unterstützen, so, ne, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Also, das muss ich auch sagen, das fand ich auch sehr, sehr, sehr schön, äh, das mag jetzt kitschig klingen, aber ich sehe es halt einfach so, ähm, der Gedanke, dass wir Retro-Fans auf der ganzen Welt zusammengekommen sind, um gemeinsam ein Projekt auf die Beine zu stellen, ja, ähm, der Film ist keine Hollywood-Produktion, ja, weil Hollywood liefert uns nicht das, was wir haben wollen, so, hey, wir machen das zusammen und dann ist es halt egal, ob jemand das so macht wie ich mit, 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 klar, eigenem Geld, aber auch mit, mit, äh, Fußarbeit und so weiter oder ob jemand in, keine Ahnung, in Amerika oder in Australien sitzt und sagt, hey, pass auf, hier hast du meine 100, etc., so, am Ende des Tages haben wir es halt gemeinsam geschafft und das freut mich. Ich komme aus dem Mannschaftssport, bin eh halt voll der Fan von, ey, we come together as one und wir schaffen was zusammen, so, und deswegen finde ich das halt umso schöner, dass solche Sachen halt möglich sind. Und ich wäre es natürlich noch schöner, wenn dann halt irgendeine Firma oder ein großer, ähm, Geschäftsmann sagen würde, pass auf, hier hast du auch mal eine Million von mir, äh, mach mal, so, ähm, es ist halt, weißt du, das ist halt auch wieder das Ding, weißt du, du, du arbeitest halt mit, mit so wenig Budget, hast aber natürlich noch voll die krassen Ideen im Kopf, weißt, wie du das Ganze noch aufbessern könntest, kannst es aber halt nicht umsetzen, weil das Geld halt einfach fehlt. So, und musst dann halt da was weglassen, 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 so, und das ist halt sehr, sehr, sehr schade, weil du am Ende des Tages halt nicht deine komplette Vision aus, aus, äh, leben kannst, wegen den Einschränkungen, ja, aber ich sage es trotzdem, ich glaube trotzdem, dass wir an, mit den Mitteln, die wir hatten, dass wir einen ansehnlichen Film geschafft haben, wo zumindest das Feeling, äh, von damals hochkommt, natürlich ist es kein Blotspot, Blotspot ist, ähm, in einer Liga von, von, ähm, seiner eigenen Liga, Karate-Tiger ist, ähm, ein absoluter Kultfilm, und das sind auch Filme, mit denen will ich mich gar nicht messen, so, das sind, das sind Meisterwerke, die fassen wir auch gar nicht an, aber was wir machen, ist halt eine Hommage, ein Liebesbrief an, an unsere Kindheit, an das, was wir, als, äh, an das, was wir selber toll fanden, womit wir groß geworden sind und einfach vielleicht nochmal, wo man nochmal die ganzen Personen von früher sehen kann, mit geiler alten Musik und nochmal Trainingsmontagen, mit einer simplen Story, gut gegen böse, etc., so, das war ja die Ambition, ich wollte ja keinen Oscar-Film machen, und ich wollte jetzt auch nicht einen Film machen, der dich zum Nachdenken anregt, sondern einfach ein kleines Stück Kindheit wieder zurückbringen, so, und das, finde ich, kommt halt rüber. Ja, also ein Gefühl transportieren halt, ne, dass man sich wieder so ein bisschen zurückversetzt fühlt in die damalige Zeit halt, ne, was halt heutzutage, leider Gottes ja extrem fehlt, also sowas gibt's ja nicht mehr, ansonsten bräuchte man ja nicht Leute wie dich, die sowas halt machen, ne, und ich finde, es ist ja auch schon Beweis genug, ähm, dass du wirklich was Respektables auf die Beine gestellt hast und das ja auch eine grundsätzliche Qualität hat, ansonsten würde Capelight ja da nicht mit reinspringen halt, ne, Capelight ist ja wirklich ein großer Vertrieb, die sich ja auch schon um Bloodsport gekümmert haben, und wenn die denken würden, alter Schwede, was ist das denn für Müll, so, dann würden die sich ja da gar nicht drum kümmern halt, ne, und das Ding halt irgendwie vertreiben, Steelbooks, Mediabooks, etc., produzieren und so weiter. Ja, Capelight hat ja auch Lionfist schon eingekauft. Ja, das ist natürlich. Ja, so, und, und das, 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 das zum Beispiel, also mal abgesehen davon und, ähm, ganz ehrlich, also für mich war Capelight auch die allererste Adresse, mit denen ich halt wieder arbeiten wollte, eben weil das halt auch echte Fans sind, Teamplayer sind, der ganze Prozess mit denen zusammenzuarbeiten, ähm, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass man so eine tolle Zusammenarbeit mit einem Vertrieb hinbekommen kann, ähm, also ganz, ganz, ganz toller Vertrieb, und das sag ich jetzt nicht so, äh, von wegen, um irgendwie zu schleimen oder sonst irgendwas, weil die Verträge sind eh schon unterschrieben, aber ich finde es halt schön, wenn, wenn es sowas noch gibt, weißt du, dass vertrauensvoll, auch in der Geschäftswelt, vertrauensvoll noch mit Leuten zusammenarbeiten kannst, wo halt ein Wort halt eben noch ein Wort ist. Ja, wo es menschlich stimmt, halt. Ja, genau so, und das, das gibt's ja heutzutage traurigerweise immer weniger, man wird ja immer, immer, äh, weiter negativ überrascht, wenn ich dir sagen würde, äh, was in den letzten zweieinhalb Jahren, wo ich den Film gemacht hab, was für, was für schlimme Menschen ich kennengelernt habe, so, ähm, Betrügerleute, die dich übers Ohr hauen wollen, ähm, ich will da gar nicht so krass drauf eingehen, aber da sind wirklich Storys dabei, wo du teilweise echt an die Menschheit, an der Menschheit zweifelst, von wegen, ey, wie, wie, aus deinem Herzen heraus, wie kannst du so sein, wie geht das, also wie, wie verkorkst muss dein Herz sein, dass du mit gutem Gewissen in den Spiegel gucken kannst, so, und ich hab noch nie in meinem Leben in so kurzer Zeit mit so vielen Menschen aus der Richtung, äh, Berührungspunkte gehabt, deswegen, das war sehr, sehr, sehr ernüchternd, man hört ja immer so Sachen aus der, ähm, so von wegen, ähm, die krassen Storys aus Hollywood, ich kann nur bestätigen, Leute, es stimmt, es stimmt, es stimmt, es stimmt, leider. Ja, finde ich auch sehr traurig, dass sich dieses Klischee halt irgendwie bewahrheitet, ne, und dann ist es natürlich umso schwerer irgendwie diesen, diesen Golden Nuggets unter diesem Haufen Scheiße da irgendwie, äh, ne, erstmal zu finden und den sich dann auch halt auch irgendwie zu bewahren, so, und den hast du ja dann mit Cape Light, äh, scheinbar ja auch gefunden. Richtig, also nur zum Thema Loyalität, ähm, ich hatte für Lionfist, für das deutsche, äh, für den deutschsprachigen Raum ein höheres Angebot von einem anderen Vertrieb, ich bin aber für weniger Geld zu Cape Light gegangen, weil mir die menschliche Komponente und das Vertrauen wichtiger war als das Geld. Und, äh, Quatsch, der andere Vertrieb kannte auch, äh, Dallas Committee, weil Cape Light hat ja quasi eine Referenz jetzt, ne, sie wissen, was sie von dir bekommen könnten, ne, so, und was sie erwartet und können ja dementsprechend auch berechnen, was sie dir eventuell geben könnten. Richtig. Und der andere Vertrieb kannte den Film dann aber auch schon und wusste, so wie es ist. Richtig, die haben einen Screener von mir zugeschickt bekommen, also die fast fertige Version, so, und haben demnach dann halt für Lionfist geboten, so, und ja, dann musste ich halt zwei Minuten nachdenken, so, und hab aber gedacht, ey, ganz ehrlich, ich, ähm, also nix gegen die andere Person, so, aber ich geh halt zu den Leuten, wo ich weiß, da bist du menschlich gut aufgehoben, so, und, und, ähm, weiß ich nicht, ey, lass es oldschool rumgeheule sein, so, aber ich finde Loyalität und, 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 äh, Ehrlichkeit, Menschlichkeit ist halt einfach ein höherer, ein höheres, äh, gut als, als Kohle, so, ähm, mag vielleicht in der Geschäftswelt finanziell nicht immer das Smarteste sein, das so zu denken, aber so ticke ich halt einfach und, ähm, ja, bin auch sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Entscheidung, sehr, sehr happy, dass es nochmal mit Cape Light sein wird. Ich würd's wahrscheinlich auch nicht anders machen, weil man ja zumindest da schon weiß, was man bekommt und sehr zufrieden damit ist und, äh, abgesehen davon, dass man sich sowieso schon den ganzen Tag in der Platte macht, wenn man einen Film dreht, über tausend Probleme und viel hängt auch mit dem Geld zusammen und wie krieg ich das gelöst und das gelöst, da will ich mir doch nicht noch über andere Menschen Gedanken machen, mit denen ich dann auch noch, äh, ne, irgendwelche, weiß ich nicht, Meetings habe, etc., so, ne? Richtig. Also, ne, alles richtig gemacht, denke ich, aus meiner eigenen Sicht. Das hatte ich dir, das, äh, das, ähm, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber nur ein Beispiel. Wir hatten bevor, zum Thema Probleme beim Dreh, wir hatten zuvor, bevor der Filmdreh überhaupt angefangen hat, einen Vertrag mit einem australischen Vertrieb gemacht, die uns 100.000, ähm, zugesagt hatten, die wir drei Monate vom Dreh hätten bekommen sollen. Und die haben nicht gezahlt. Ja. Das heißt, es sind uns noch mal, da uns noch, noch, noch mal was passiert, es sind uns da 100.000, ähm, Dollar halt, äh, weggegangen. So, von Leuten, die halt, ähm, ja, geschworen haben und, äh, immer große Klappe, ja, von wegen, ja, kannst du dich drauf verlassen, etc. Und da musste ich ja innerhalb von, von, von der kurzen Zeit, äh, wieder das Geld auftreiben, so, was musste ich machen. Und ich musste an mein eigenes Gespartes, so, und, äh, hab letztendlich 200.000 aus meiner eigenen Tasche in den Film halt rein, reingepackt, wo ich halt nicht weiß, ob ich das jemals halt wiedersehe, so, aber, ähm, mit solchen Leuten hast du halt auch zu tun, beziehungsweise oft zu tun, vor wegen, ja, bla, 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 wir machen das und das und das und ja, verlass dich drauf. Und dann aber, wenn es soweit ist, stellst du fest, ah, die haben dich angelogen, angeschwindelt, so, und, und, äh, stellen dich dann am Ende vor noch mehr Probleme. Äh, weißt du, dann wär ja zum Beispiel, weißt du, dann ist ja noch nicht mal die Courage da von wegen, ey, pass auf, schon, guck mal, das und das ist passiert, ähm, tut mir leid, wir kriegen das nicht hin, ähm, können wir gemeinsam irgendwie eine Lösung finden, sondern ist es dann halt wirklich Lügen, Lügen, Lügen und dann halt, ähm, noch nicht mal das einsehen, weißt du, und, ja, es ist, es ist halt echt nicht leicht, diese Branche, es ist auch echt nicht leicht, einen Film zu produzieren, so, ähm, so, aber es ist halt trotzdem eine Chance, viele Menschen happy zu machen mit dem Endresultat, so, und auch tolle Leute kennenzulernen, also, das war auch das Schönste oder eines der schönsten Sachen beim Dreh, die Zusammenarbeit mit meinen Jugendhelden, so, also von Billy Blank, Cynthia Rothrock, Kurt McKinney, den ich ja mittlerweile manage und mit dem ich ja mittlerweile richtig, richtig eng befreundet bin, Mattes Landwehr, ähm, Mohamed Kiss, also die ganzen Stars, hier mit Paul, Paul Herzog zum Beispiel, habe ich anderthalb Monate an der Musik gebastelt, also nicht ich selber an der Musik, aber, äh, fast täglich telefoniert und gesagt, Paul, kannst du das noch so und so machen und so weiter, so, da sind halt wirklich enge Freundschaften halt auch entstanden, auch gerade bei Paul und mir auch zum Beispiel, und das sind Sachen, die werde ich halt mein Leben nicht vergessen, so, und, und, deswegen hat es sich halt auch schon wieder gelohnt. Ja, und darüber hinaus natürlich, äh, auch für die Leute, die es vielleicht auch noch nicht mitbekommen haben, du hast ja auch deinen eigenen YouTube-Kanal und konntest da natürlich auch, ähm, so den einen oder anderen quasi mit einbinden, den du wahrscheinlich auch ohne Last Committee jetzt nicht so ohne weiteres kennengelernt hättest, also wir beide hätten wahrscheinlich auch ohne den Film, äh, uns wahrscheinlich auch nicht kennengelernt, weil es ja eher damit losging, ähm, dass du angefragt hattest, ob wir vielleicht mal quatschen könnten, halt, ne, über den Film, da war noch die Kickstarter-Kampagne noch nicht mal gestartet, da ging es ja erstmal darum, das irgendwie ein bisschen öffentlich zu machen, ähm, Daniel Schröckert ist ja bei dir auch ganz viel, ähm, bei Kino Plus, bei ihm hast du natürlich auch, äh, über den Film gesprochen, halt, ne? Ja, sprechen, sprechen wir es doch einfach an, mein Freundeskreis hat sich erweitert und, äh, ihr beide gehört jetzt zu meiner Crew dazu, wir, wir quatschen regelmäßig, wir nehmen, äh, für Sean David TV eine ganze Menge auf, ja, das, das ist natürlich ein Riesenmehrwert und ganz ehrlich, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, auch, ich bin ja auch so dankbar dafür, ähm, einfach Leute kennen, also Menschen kennengelernt zu haben, die halt ähnlich bekloppt sind und, und so retroverliebt sind und so weiter und das ist ja das, ey, guck mal, als erwachsener Mensch, weißt du, 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 du arbeitest so viel, du arbeitest quasi nur, um dich zu ernähren und so weiter und was sind noch wirklich die Highlights im Leben? So Highlights ist halt, wenn man Menschen kennenlernt, wo man dieselbe Leidenschaft hat, wo man zusammen philosophieren kann, wo man zusammen was, was, äh, sich mit Sachen unter, äh, mit Sachen beschäftigen kann, die man, die man liebt, so und, und, ja, das wäre ohne The Last Committee, wäre das auch nicht passiert, deswegen, klar, es war, es war eine interessante, krasse Reise, wo ich jetzt einfach nur noch, ähm, ja, mir jetzt angucken kann, so, ob die Reise auch, äh, von, von der breiten Masse so aufgenommen wird, wie ich es mir einfach erhoffe, so, deswegen nochmal der Aufruf an euch, Leute, falls ihr noch das Video schauen solltet, ihr findet, dass, ähm, ihr könnt euch die, die Blu-Rays und die Media Books und Steel Books jetzt auf Amazon, äh, bestellen, so, ähm, falls ihr das noch nicht könnt, äh, falls ihr keine Player habt, etc., ab Anfang Mai wird der Film auf, auf, ähm, auf Amazon Prime zu kaufen sein, etc., aber unterstützt bitte einfach so viel, wie, wie ihr könnt, so, also, wir sind ja quasi eh ein Teil von euch, so, wir sind alles Fans und so weiter und glaubt es mir, ich bin nie geil darauf gewesen, ähm, irgendwie in die Vorderrolle zu gehen und permanent Interviews zu machen über den Film, etc., mir wäre es auch, ehrlich gesagt, lieber andere würden das machen, so, aber ich bin halt nun mal derjenige, der halt am meisten darüber zu erzählen kann, weil der Missteil aus meinem Kopf gewachsen ist, so, und vielleicht findet ihr das Ganze ja so unterstützenswert, dass ihr sagt, von wegen, hey, ich hol mir ein Steel Book und ach, komm, die Blu-Ray hol ich mir auch noch, hier verschenke ich an einen Freund oder so, es ist auf jeden Fall massiv wertgeschätzt. Ja, also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass das, äh, dass der Film jetzt auch in den Läden, Online-Shops, etc., pp., halt auch noch seine Früchte trägt halt, ne, und ein bisschen was auch hinten abwirft und, ähm, dass es halt auch dafür sorgt, dass vielleicht so eine kleine Welle entsteht halt, ne, dass, dass andere sich denken, aha, guck mal an, da ist einer, der macht so eine Filme und die sind jetzt gar nicht so unerfolgreich, die Leute haben richtig Bock drauf, dann probiere ich doch auch mal mein Glück, so, kann ja passieren halt, ne, wäre auf jeden Fall, äh, sehr cool. Das ist ja das Ding, weißt du, es ist, ähm, es ist doch schön, wenn, wenn man Leute inspirieren kann, die sagen von wegen, hey, pass auf, ich versuche das auch, wichtig, nur wisst, es ist nicht so einfach, wie man denkt, so, ich war da ein bisschen zu naiv, so, und, ja, wir schauen einfach, was passiert, wie bei Robert, mein Sohnemann ist, äh, gerade wach geworden und er verlangt seinen, seinen Vater, ja, I'm coming! Was hat das jetzt mit dir zu tun? Ich wollte, ich wollte nur sagen, ich muss jetzt meinen Hauptjob machen, nämlich, äh, meinem Sohn ein Vater sein, wir spielen jetzt Super Mario auf dem Super Nintendo. Uh, sehr geil, sehr cool, ja, ich spiel gerade das Remake von Final Fantasy 7, also, äh, auch so ein bisschen retro. Äh, ja, vielen Dank, dass du, äh, nochmal hier warst und wir nochmal quatschen konnten und, ähm, dass du uns die ganzen Infos nochmal dagelassen hast, ist natürlich auch immer sehr interessant, wenn man so ein bisschen den Background auch mitbekommt halt, ne, von so einem Filmdreh, was für Schwierigkeiten, was kann eventuell auf einen zukommen, wenn man das vielleicht mal selber vorhat, kann ja auch sein, ne? Ähm, ja, deswegen hab ich das auch erzählt, einfach mal, um, um vielleicht den Leuten, die sich nicht damit auseinandersetzen, einfach mal zu sagen, so, was alles passieren kann, etc., um ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen. Genau, ja, also, wie gesagt, viel, vielen Dank, dass du da warst, ich wünsche dir riesen Erfolg damit, ich hoffe, dass Millionen, äh, diesen Film irgendwie kaufen, wie auch immer, ob online, ob, äh, irgendwie physisch, Mediabook, Steelbook, was auch immer, ähm, ich hoffe, das Ding geht richtig steil und, dass wir dann noch sehr viel mehr zu sehen bekommen. Vielen, vielen Dank, auch, äh, ja, an die Leute da draußen, danke, dass ihr so lange zugehört habt, danke, Robert, dass ich dabei sein durfte und, ja, ich würde sagen, Kumece, Kumece, Kumece. Gut, tschüssi. Michael, es ist time. Run in the Gauntlet!